Übung 14 1. Fußball zu spielen? Morgen Fußball zu spielen? Kannst du dir vorstellen, morgen Fußball zu spielen? 2. Informatik zu studieren? In Bonn Informatik zu studieren? Kannst du dir vorstellen, in Bonn Informatik zu studieren? 3. Nach München zu ziehen? Zu mir nach München zu ziehen? Kannst du dir vorstellen, zu mir nach München zu ziehen? 2. Planue� 2. Planuen 2. Pronone Auf Wiedersehen Vielen Dank.